In dem Video wollen wir uns einmal kurz den Differenzverstärker nochmal angucken, bzw. dessen Auswirkungen auf die Brückenschaltung. Grundsätzlich habt ihr das bei meinen Flecken zwar schon mal angesprochen, aber ich würde es hier nochmal kurz verdeutlichen. Und zwar, was haben wir hier? Wir haben hier eine Brückenschaltung, das ist die hier, die besteht nur aus 10 Kiloohm-Widerständen. Wir haben eine Betriebsspannung von 12 Volt. Wenn jetzt alles so wäre, wie man es kennt oder wie man es vielleicht gewohnt ist, würde man wahrscheinlich jetzt davon ausgehen, gut, hier werden jetzt 6 Volt liegen und hier werden auch 6 Volt liegen, weil 10 K, 10 K teilt die Betriebsspannung zur Hälfte jeweils auf. Wenn hier 6 Volt liegen und da 6 Volt liegen, haben wir als Differenzspannung hier an der Brücke 0 Volt. Soweit die Idee. Das Dumme ist, der Differenzverstärker macht das jetzt kaputt. Gut, was man sich relativ leicht angucken kann, wir setzen hier mal einen Tastkopf drauf und wir setzen hier mal einen Tastkopf drauf und dann gucken wir uns mal, was passiert. Drücken wir einmal auf Play und schauen mal. Was wir sehen, ist folgendes. Wir haben hier oben, statt 6 Volt, 1,7 Volt. 1,7 Volt sind definitiv nicht 6. Ist auch nicht nachher dran, das ist extrem weit weg. Unten das gleiche, da haben wir 2,5 Volt ungefähr, das ist auch extrem weit weg. Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass, und das kann man hier auch sehen, über diese Leiterbahn, oder Drähte, jetzt Strom abfließt. Und zwar im oberen Falle 0,9 Milliampere ungefähr, also 850 Mikroampere und hier unten ungefähr 700 Mikroampere. Jetzt könnte man sagen, ja gut, 700 Mikroampere ist ja nicht viel. Absolut mag das stimmen, aber wenn wir uns jetzt mal hier im Vergleich angucken, wie viel überhaupt oben in die Spannungsteile reinfließt und was davon prozentual unten noch übrig bleibt, dann werden wir jetzt gleich feststellen, dass das hier einen sehr, sehr deutlichen Unterschied macht. Schauen wir mal. Jetzt haben wir hier zwar mächtig viele Tastköpfe, aber ich glaube, wir kriegen uns noch orientiert. Gut, wir simulieren einmal kurz und gucken uns das mal an. Jetzt sehen wir, hier oben, klar, liegen 12 Volt an. Es fließt ein gutes Milliampere oben in den Spannungsteiler rein. Gleichzeitig fließen 850 Mikroampere, also ungefähr 0,85 Milliampere ab. Das heißt, hier unten bleiben nur noch 170 Mikroampere übrig. Das heißt, ein ganz, ganz großer Teil von dem, was in den Spannungsteiler reinfließt, fließt in Wirklichkeit gar nicht mehr unten hin, sondern fließt ab. Damit ist er so alles andere als unbelastet. Und jetzt haben wir quasi den Fall eines belasteten Spannungsteilers. Das macht die ganze Sache natürlich schwierig. Auf der anderen Seite ist das genauso. Hier oben fließen 950 Mikroampere rein und von den 950 Mikroampere fließen immerhin schon 700 Mikroampere ab. Das heißt, nach unten bleiben gute 200 übrig. Auch hier fließt der wesentliche Teil tatsächlich in Richtung Differenzverstärker, anstatt dass er durch den Spannungsteiler fließt. Das verfälscht unsere Ergebnisse. Wenn wir uns das in Spannungen jetzt nochmal angucken, dann ist auch die Brückenspannung von eigentlich 0, so gar nicht mehr 0, sondern die ist jetzt irgendwie ziemlich deutlich negativ, so 1, oder 0, irgendwas Volt. Aber auf jeden Fall merklich von 0 verschieden. Das führt natürlich zu einer völligen Verfälschung der Schaltung und das wollen wir definitiv nicht haben. Jetzt müssen wir uns kurz überlegen, was man denn tun kann. Also sollte man sich mal angucken, wie hier der Strom fließt. Nehmen wir mal diesen linken Zweig hier. Hier fließt ein Strom oben rein. Und der, der hier jetzt abfließt, der fließt hier oben erstmal durch den R5 durch und teilt sich dann auf. Wobei dieses Aufteilen relativ unproblematisch ist. Wir gucken uns das mal kurz an. Gucken wir mal an, was fließt hier eigentlich ab und was fließt Richtung R6. Und wenn wir uns nochmal daran erinnern, der ideale Operationsverstärker, der hätte jetzt einen Strom von 0 hier durch tatsächlich. Also hier würde gar nichts reinfließen. Wie sieht es jetzt in der Praxis aus oder mit einem realen Operationsverstärker? Da stellen wir fest, hier fließen 1,8 Mikroampere tatsächlich sogar raus. Warum auch immer, das lassen wir mal stehen. Aber im Vergleich zu den 860 Mikroampere, die hier oben fließen, ist das wirklich vernachlässigbar. Das heißt, wir können auch in Zukunft davon ausgehen, dass näherungsweise nichts in den Operationsverstärker reinfließt. Und damit fließt der gesamte Strom näherungsweise hier ab Richtung Masse. Wenn wir uns das jetzt nochmal anders angucken, dann könnten wir auch die Schaltung so aufbauen, dass wir sagen, diese beiden Widerstände hier hängen eigentlich hier unten Richtung Masse. Hier ist eine Masse und da ist eine Masse. Und damit liegen R5 und R6 tatsächlich parallel zum R2. Das heißt, wir haben hier einen Spannungsteiler, der besteht aus 10 Kiloohm Vorwiderstand, 10 Kiloohm Spannungsteilerwiderstand und 2 Kiloohm Belastung. Das heißt, die Belastung ist vergleichsweise gigantisch groß zum eigentlichen unteren Widerstand. Weswegen auch die Verfälschung so krass ist. Das Ganze wäre deutlich weniger schlimm, wenn die Belastung nicht so groß wäre. Wenn also diese beiden Widerstände merklich größer werden. Die Betrachtung bei dem 2 Kiel ist ein bisschen schwieriger. Die lasse ich mal raus, aber da gilt im Prinzip das Gleiche. Nur es ist ein bisschen komplizierter. Gucken wir uns das hier oben nochmal an. Würden wir jetzt also hingehen und dafür sorgen, dass R5 und R6 größer werden. Und da nehme ich jetzt mal einfach beispielhaft 100 Kiloohm. Dann würde jetzt deutlich weniger Strom abfließen über diese beiden Widerstände. Und jetzt muss man wie gesagt glauben, dass das hier unten ähnlich ist. Ist es. Also wenn ich die beiden hier größer mache. Dann wird auch da der Strom kleiner. Und jetzt haben wir an dem Differenzverstärker an sich nichts geändert. Weil der wird definitiv nur durch die Widerstandsverhältnisse bestimmt. Ob ich jetzt 100 K zu 100 K mir angucke oder 1 K zu 1 K, ist eigentlich ziemlich egal. So und jetzt setze ich hier nochmal die beiden Tastköpfe drauf und simuliere nochmal neu. Und dann muss ich jetzt eigentlich feststellen, dass der Strom durch R5 und R6 merklich kleiner wird. Und das wird er auch, wenn wir uns das angucken. Denn während das hier eben noch etliche 100 Mikroampere waren, 800 oder 700, so um den Dreh, sind es jetzt plötzlich nur noch 30 Mikroampere, die hier wegfließen. Wenn wir uns die Spannung angucken, liegen wir jetzt hier auch bei statt 6 Volt ideal bei 5,86. Also knappen 5,9, was sehr nah dran ist. Und hier unten bei 5,88. Das heißt, in diesem Falle hier haben wir jetzt wirklich fast ideale Verhältnisse. Das kann man auch nochmal im Vergleich angucken. Also hier gucken wir mal, was an Strom reingeht. Und gucken, was hier an Strom reingeht. Und da wird sich nicht so viel dran ändern. Ja, doch, es wird sich fast dran ändern, aber das wird alles ähnliche Werte liefern. Das heißt, während hier jetzt 614 Mikroampere reinfließen, fließen nun noch 28 ab. Das heißt, das Verhältnis von dem, was abfließt, zu dem, was reingeht, ist deutlich besser als vorher. Und damit stimmen jetzt auch die Spannungen ungefähr wieder. Und jetzt funktioniert die Schaltung so, wie man es ideal rechnen würde und erwarten würde. Das heißt für euch, guckt darauf, dass diese Widerstände hier hinreichend groß sind. Und wenn man sich das hier nochmal anguckt, wie gesagt, die Schaltung könnte man noch ein bisschen anders interpretieren. Ich baue das hier nochmal nebenan auf, damit klar ist, was ich meine. Wenn ich mir die jetzt nochmal nehme, das sind jetzt meine Widerstände vom linken Brückenzweig, dann könnte ich jetzt so tun, als würde R5 und R6 parallel hier unten liegen. Das hier ist eigentlich für den einen Zweig die gleiche Schaltung. Ich baue das mal eben kurz fertig. Der hier liegt auch auf Masse. Und damit hätte ich hier eine Parallelschaltung. Das heißt, das hier wäre quasi R5 und R6 und liegt parallel zu R2. Und jetzt sieht man wahrscheinlich auch hier, wenn ich die hier richtig groß mache, also in unserem Falle 100 Kiloohm und hier auch 100 Kiloohm, dann fließt deutlich weniger Strom durch diese beiden Widerstände. Und was man in der Darstellung jetzt auch wunderbar sehen kann, ist, es kommt letztlich auf die Reihenschaltung der beiden an. Es kommt darauf an, dass beide in Reihe, also in dem Falle R5 plus R6, erheblich größer sind als R2. Wenn man diese Bedingungen einhält, also R5 plus R6 deutlich größer als R2 und entsprechend R7 plus R8 deutlich größer als R4, dann kriegen wir eine vernünftig dimensionierte Schaltung und haben möglichst wenig Verfälschung. Ohne da jetzt im Detail darauf eingehen zu wollen, warum das so ist, solltet ihr darauf achten, dass ihr mit den Widerständen nicht zu groß werdet. Also 100 Kiloohm, vielleicht noch 200 Kiloohm pro Widerstand ist wirklich die Grenze. Mehr sollte es nicht werden, weil sonst entstehen andere Effekte. Also auf die möchte ich jetzt nicht mehr näher eingehen, aber fangt jetzt bitte nicht an, da irgendwie mehrere Megaohm reinzusetzen. Das wird schief gehen. Ja, soviel dazu.